Und so, da sind wir schon wieder. Ja, wir haben uns gerade noch ein paar Parts angeguckt und, ja. Lachflash, sehr viel Lachflash gekriegt. Und wir haben die ganze Zeit über Traumschiffperiode 1 die ganze Zeit uns schlaff gelacht. Der Traumschiff Surprise. Ah, Spinne! Du kommst hier nicht rein, es ist viel. Hey, lass die arme Spinne in Ruhe, sie hat dir nichts getan, oder doch? Ja, ich fess es. Wieso? Oh, Mann, ich bin, ich bin unseren Server gewöhnt, da fliege ich ja die ganze Zeit. So, da muss hier noch eins drauf. Nein. Nicht fliegen. Ja, 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 ja. Ganz viele. Eine ist schon da. Nika macht Kühe glücklich. Kian denkt wieder komisch. Okay, es ist Kian. Ich habe... Ich habe mal 4 oder 5 oder so in die Kiste getan. Also, ich glaube, die sind schon fertig. Also, ich muss ein Schalter zubauen. Alles gebaut, nur kein Schalter, oder was? Toll. Dann haben wir mal alles aufbunden für Redstone. Nein! Doch. Scheiße. Ich habe gerade einen Schalter mit Herzen gemacht, ne? Und dann ist das beim anderen Schalter wieder weggegangen. Ich habe noch nicht mal Herzen, wenn ich das mache. Muss ich den... Muss ich den Tech-Shot-Pack noch mal ändern. Irgendwas ist da wohl, was nicht so passt. Bei mir sind keine Herzen. Das kann man auch von der Seite ansteuern, ne? Ja, das kann man auch von der Seite ansteuern, ne? Aber muss so ein Dingens sein. Yay, ein kleines Schöpfchen. Nein, nein, nein. Ein Dorf, ne? Ja. Scheiße. Ach, Scheiße. Kann man es auch so machen, wenn der Pist in oben ist, der schadet da drunter. Ja, geht auch. Wie meinst du? No, ne, ich probiere es mal. Hat hier wer das Weed abgeerntet? Ich. Achso. Damit, äh, kann man kein Schicht nehmen können. Siehst du, dass kein Schicht nehmen muss. Hast du die Samen aufgenommen? Hast du mir. Hast du aufgenommen, Mann? Die, 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 die... Was? Die Samen. Also die Seeds. Nein. Du musst doch haben, das sind diese komischen kleinen gelben Kugeln. Nein, nein, nein. Achso, hier liegen welche drin, aber nur einer. Nein, hier berühmt nicht viel. Achso, von denen wieder. Oh nein. Ja, von denen denn sonst? Weiß ich nicht. Ob sich selbst anbauen wird. Nimmst du auf? Ja, ich nehme auf. Ja, von uns ist ja noch nicht Dingens, ähm, von uns ist ja noch nicht fertig, auf, ausgewachsen. Du spinnest immer noch vor dem Fenster. Hast du keine Hobbys? Was ist denn für eine Spinne? Ich spinne noch ein bisschen. Ich glaube, ich auch. Sollst du chillen ihn nicht hier und beim Vorhaben. Kann man mit spinnen, wir auch noch andere Spinnen. Nein. Du kannst keine Spinne. Warum nicht? Warum nicht? Du bist ein nettes Tierchen. Hey, du bist doof. Nein, aber... Hat jemand irgendwie Sticks noch mal? Ja, habe ich. Du, wo bist du? Beim Dingenshaus. Oh, ich komm doch mal. Ich komm gerade das da. Ich dachte, wie auf den Seerose zu Seerose. Ja, ich leg's dir hier auf den Steg. Na, ich mach nochmal schnell welche. Also, beobachten wir schon, wenn ich die Sachen klaue. Ich muss ein Schild hitschern, ich glaub auch was. Oh, danke schön. Jo. Oh, kann man mit verkruppelten Dolben auch noch machen? Was? Den verkruppelten Dolben? Das sind, äh, so Pflanzlinge quasi. Seplings. Ja. Setzlinge. Was wollen wir denn noch haben? Noch einen kleinen, uh, scharf. Scharf. Ich weiß noch nicht, ob wir nochmal können. Ah, scheiße, nein. Ich auch. Ey. Wir brauchen eine Stunde Pause. Das kann sogar sein. Also, nicht eine Stunde, sondern etwas. Nein! Oh Mann, ey. Paarungsprozessungskript. Nein, Treppe falsch gesetzt. Ich hasse es, wenn Treppen falsch gesetzt sind, dass du die nicht richtig abbauen kannst. Mit Schwert kann man sie ja schnell abbauen, was voll unlogisch ist, aber. Mit Schwert kann man die abbauen, aber man kommt sie ja trotzdem nicht als Treppe. Wie kriegt man die als Treppe wieder? Gar nicht. Aber mit einem Schwert kann man sie schneller abbauen. Was wollte ich denn jetzt bauen? Eine Treppe. Wie mit Steaks oder was? Eine Axt. Eine Big X. Die kann ich dir auch geben. Mann, jetzt kann ich die nicht raus. Das ist doch bescheuert. Oh, wie viele, wie viele Tiere sind denn hier drin? Wollte ich vielleicht mal ausweiten? Naja, erstmal nicht. Wir bauen dann gleich ein zweites Gehege. Mann, schon wieder falsch gesetzt. Scheiß Tiere. Wow. Das kleine Pisch packt sich bei mir durch die Wand. Da steht da irgendwo drin. Da. Das ist eine Sache, ja, ich hab's gesehen. Hm, jetzt fang ich mir von der Seite an. Ich glaube, wir haben Getreide. Ja, kannst du dann aber, wenn du Getreide hast, man nicht in meine Richtung fliegen, sondern irgendwo anders, dann in einer anderen Ecke davon sein. Die bin. So, noch eine Treppe. Ich wette, ich versau sie wieder. Ha, geschafft. Jetzt komm ich ja nicht mehr raus, ey. Das ist eine Fliege. Warum hast du Mist gebaut? Was ist das? Ich hab kein Schwert mehr. Wow, ich hab kein Schwert mehr. Da ist noch Dreck. Wir brauchen Fleisch, also ja, Schweine. Ey, nach einiger Zeit tropft es erst durch. Ich weiß. Die Wolle trifft jetzt auch schon. Was? Ich hab Wolle genommen, um das Wasser zu stopfen. Jetzt trifft es da langsam durch. Wollen wir an den Kanten? Ey, was ist denn nicht klar? Achso, doch, ich hab die Sachen doch aufgenommen. Jetzt brauche ich's nicht mehr. Ja, schon. Ähm, auf jeden Fall, kann ich die auch mit Weed finden? Ne. Nur mit Weed. Ja, du hast doch noch eine. Nein, hab ich nicht. Ich hab das Ei gefunden. Nein, hab ich nicht. Ich hab das Ei gefunden. Ich hab das Ei gefunden. Das ist doch drauf. Die wachst du. Jawoll. Was hast du getan? Ne. Ich merk, grad. Ich hab noch Platz nach oben. Ja, und? Ich dachte, du musst schon wieder oben einen Stuhl setzen. Du wirst so Technik nichts sehen. Aber stimmt gar nicht. Ich hab nur noch 40 Treppen, das reicht doch niemals, es wird schon wieder dunkel. Ja, dann habt ihr aber nichts lobenswertes hier. Klar, uns. Ja, Schutzfolien. Ja, gerade labern wir ja gar nicht irgendwie. Wir haben kein Thema mehr. Ganz versaut, das ist die Aufnahme. Was? Bin ich wieder anfangen zu lachen. Hey, das ist echt voll die versaute Aufnahme da. Nein, Mann, das ist lustig. Ja, trotzdem voll die versaute Aufnahme. Ey, hallo, sag mal, was macht diese Babycou auf dem Dach? Die schiebt mich hier voll lang. Ich versau dich voll das Bauen. Mangen wir jetzt pennen gehen? Äh, ja Leute, ich weiß gar nicht. Was ist denn am Haus? Ja, ich weiß nicht, wo das ist. Da, wo wir es ges- Ist das dunkel? Ja, okay, so dunkel ist es nicht. Da ist es doch. Da ist es doch. Oh, da ist so ein schwarzes Brot. Da ist so ein schwarzes Brot.